So, unsere Affenfreunde müssen mal wieder ran und wir sind immer noch dabei, diese blöde Fee zu fotografieren. Und jetzt habe ich sie aber. Yeah! So, hä? Warte jetzt. Telepathische... Oh! Sehr geil. So, okay, nachdem ich ja im letzten Part so bravourös verkackt habe, habe ich einiges wieder gut zu machen, nicht wahr? Hä? Hä? Hier war doch irgendwo ein Ballon. Ich habe doch gerade einen Ballon gesehen. Ihr auch, oder? So, jetzt wird der Ballon abgeknallt. Oh, da ist Geld! Geld, Mann! Kommst du her! Na? Parts! So, okay. Schöne Money's. Und jetzt der Power-Schalter! Ich glaube, ich muss einfach jetzt bloß, das war so, die ganzen Zahlen nach der Reihe einstampfen. Also eins... Zwei... Oh, schön. Mit den Zahlen wechseln ist auch immer ein schöner Farbwechsel. Ne, doch nicht. Oh, fies! Ich dachte jetzt immer so blau-grün und so, aber... Oh, naja. Ist ja egal. Bald habe ich wieder eine Banane. Das ist cool. So, du Affe, zeig deinen Power-Punch. Und Nummer 16. Wie sich die Affen immer freuen. Boah. Eine Banane. Kommt da durch den Gang reingesaust. Ach, Donk. 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 Oh, voll wenig Bananen in der Welt erstmal, ey. Naja, ich habe halt den letzten Part dann schon versaut. Eigentlich müsste ich den ganzen Part normal machen. Aber jetzt ist es leider zu spät dafür. Du, 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 du. So, wo gehe ich jetzt am besten lang? Fatz! Fatz! Was haben wir hier Schönes? Ah ja, der Donkey Kong Spielraum. Wo ich auch nie mehr hin will. Weil ich so verkackt habe. Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich wenigstens mal irgendwo hier meinen Character wechseln? Huh, Character. Mann. Äh, äh, was? Wo? Hä? Au! Ah, endlich, so. Du, du, du. Nehmen wir einfach mal sie hier. Oh, hallo. So. Dumm, dumm. Dumm. Ah, guckt euch das hier an. Ein tiny Kleidungsgerät. Und fahrt! So, yeah! Oh, sie läuft von alleine. Oh, warte, jetzt. Oh. Okay. Ach ja, dieses komische, dumme Glücksrad hier. Okay, erstmal Orange abballern. So, jetzt die Melone abballern. Denn die Banane abballern. Denn die Crystal Coconut. Denn die Banana Metal. Die Munitionsbox. Ja, das war geil! Und schau'n euch wieder eine Banane. So, komm her. Komm her. Oh. 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 So, okay. Donk, donk, donk. Ki-Kong, yeah. Wir sind so Affen. Mich laust der Affe. Hä? Ah, jetzt. Aha, aha. Jetzt ist da erstmal eine Fee erschienen. So weit. Alles rein verständlich. Physikalisch und... Oh, yeah. Keine Ahnung. So, egal. Wir gehen raus hier. Und ich hab jetzt schon mehr Bananen gesammelt als im letzten Part. Ich bin so schlecht. So, was mach' ich denn jetzt, äh? Sind die irgendwo... Geht's hier irgendwo lang für Tiny? So ihre Bananen und so. Ha! Oho. Von hier komm' ich, oder? Mit Donkey. Aua! Ey, du. Ihr komischen Spielzeugdinger hier. Ne, hier war nix. Ah, hier geht's... Ne, von hier komm' ich glaub' ich auch. Aber ich kann ja erstmal hier lang gucken. Und ihre Bananen... Bananen... Bananen einsammeln. Und du verpischst ihn doch mal, Mann. Fass! Und der Stone. So, ich glaube... Äh... Ein grüner Ballon. Toll. Ich glaube, hier geht's zu diesem komischen Snyder. So, Porter aktiviert. Äh... Oh, ein Ballon? Oh, ihr Ballon! Geil. Das passt. Ja, die Faust. Aufs Ockel. Mann! Komm her! Hey, willst du mich... So! So! Ich kann ja mal ihre Blaupause abgehen von... Ja, hab ich die ja schon. Hihihi. Und es ist so tiny... Guck mal, was jetzt passiert. Dum-n-n-n-n-nn. Dum-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Bum-bum-bum. So ein Scheiss, ey. Voll umständlich. Noch umständlicher hier ist ja, Arnie. Oh, Banana Donk, Donk, Donkey Kong Oh, schon 35 Bananen Aber so wenigstens meine Leute so Also meine privaten Kumpels Wenn die sich meine Let's Plays angucken Also, warum haben eigentlich die Bananen gleich geholt hier mit Chunky? Ich trottel, Moment, Moment Ich brauch sowieso Geld mit Chunky Also, meine privaten Kumpels und Freunde, ja Also, die sind ja vom Donkey Kong hier jetzt nicht so begeistert Weil das ist ja das übelste Sammelgame Oder allen mit denen Scheiß einsammeln muss Bananen und hast du nicht gesehen, Geld Noch mehr Bananen Ja, und sie haben auch in einer gewissen Weise recht, aber Es ist einfach nur geil Watz, 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 watz Okay, das bringt nix Hm, num, 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 dum Du, 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 du Was kann der eigentlich schon alles? Der kann ja gar nichts Muss ich erstmal mit ihm gucken gehen Muss ich erstmal mit ihm zu Cranky und mir ein bisschen was einkaufen Dumm, nee, da ist der falsche Weg Dum, bopp, 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 bopp Lalalala Oh, ein fettes Schwein, Alter. Was guckt euch das hier an? Das ist komisch. Ein Wrestler, der macht ja auch. Was war nochmal sein Hobby? Ringen, glaube ich. Ringen. So, drei Münzen kostet er bloß. Her damit. Voll dumm. Ist das ein Gorilla, ey. Jetzt kannst du was ganz Cooles. Ja, danke, Mann. Oh, du könntest doch noch was kaufen. Hab, Alter, nicht genug Geld dafür. Ja, dann muss ich... Ich kann jetzt so ein bisschen mit den neuen Punch hier. Hä? Ich kann den Punch hier noch gar nicht. Ich wollte jetzt den Punch eigentlich machen. Was kann ich denn denn? Ach, hätte ich mal muss gelesen. Ich bin auch ein Trottel. Voll verplant wieder von oben bis unten. Wo gehe ich jetzt? Vielleicht mal rückwärtsgang. Oh, stimmt. Hier ist ja auch noch ganz viel. Hier ist auch Tiny Diddy Kongs Blaupause. Verdammt, ey. Wo sind wir? Ah, hier ist ein Schanky-Chalter. Ich aktiviere ihn einfach mal. Oh, Banana. Hä? Äh. Da ist jetzt nichts passiert. Das habt ihr alle gesehen, ja? Da ist jetzt überhaupt nichts... ...passiert irgendwie. Aber ich glaube, da sollte eigentlich was passieren, oder? Egal. Ich gehe... Hä? Oh, was soll denn das? Muss ich hier... Okay, ich habe verkackt. Einfach rausgehen. Hm, hm, hm. Dumm, dumm, dumm. Die Zeit läuft. Ich habe sie so verkackt. Das weiß ich. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang, ne? Ja, ich glaube, wir waren noch... Waren die nicht Bananen? Ja, seid doch. Für den Dicken. Zack, 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 zack. Oh, und noch mehr Geld. Ah, das ist schön. Das ist schön. Geld regiert nun mal die Welt. Auch wenn es den einen oder anderen nicht gefällt. So, dann porten wir uns mal gleich wieder zu Chunky. Ach, zu Cranky. Ich war... Ey, das ist mir schon im anderen Part auch mal passiert. Da habe ich Cranky mit Chunky verwechselt. Wenn man so jung sieht, dann kann ich doch nicht mehr aus. Und die Zeit läuft. Ist aber auch ein guter Countdown, damit ich weiß, wann ich den Part beenden muss. Die Geräusche sind cool, Mann. Warum seid ihr so komisch grau hier? Egal. Kaufen wir einen. So. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot für nur fünf Münzen, Mann. So. Hat er mich gerade... Du Flöte. So, ich würde sagen, im nächsten Part gönnen wir uns dann ein kleines Schlückchen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hatte auch meineство Democrat. Ich bin jetzt noch mal ein kleines Schlückchen. So, ich bin jetzt mal ein kleines Schlückchen. So, ich bin jetzt noch mal ein kleines Schlückchen. Und dann, ich bin jetzt noch mal ein kleines Schlückchen.